Sohn hat masturbiert? Guten Tag, mein 14-jähriger Sohn masturbiert. Dies habe ich letztens herausgefunden, da auf seinem Bett ständig weiße Flecke sind. Mich ekelt das sehr an. Wie soll ich ihn jetzt bestrafen? Gute Frage, Digga. Hast du, ohne dich jemals vorher selbst befriedigt zu haben, gleich mit dem Sex angefangen? Masturbation ist unrein. Was hättest du geantwortet? Schreib's in die Kommentators und like das Video.